Wir hören über diese Willenskraft, wo die ganz klar sagen, du baust dir ja selber diesen Leidensdruck auf. Oh, die leckere Zigarette nach dem Frühstück und so. Da muss man sagen, ja, die trauen es nicht mehr. Gut, jeder geht den anderen durch. Und das mache ich vom Verstand her, weil ich einfach sage, du darfst nicht. Und du schaffst das auch. Und das ist für mich wichtiger, als wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, nach einer Methode vorgehe, die mir dann vielleicht sowieso nicht will. Ich muss ja Nichtraucher sein oder werden. Ich bin ja noch nicht Nichtraucher. Ja, Jörg. Was du da gerade tust, bedarf keiner weiteren Erklärung, denke ich mal. Oder möchtest du mal was dazu sagen? Ja, ich bin leider hochfällig geblieben. Es tut mir sehr leid. Ich versuche auch noch mal dagegen anzukämpfen. Aber ich war also in den letzten Tagen äußerst nervös. Hab schlecht geschlafen. Ich kann einfach nichts dafür. Und mir möchte ich im Moment dazu nichts haben. Drei Wochen nach dem Seminar. Schlechte Nachrichten auch in der Firma. Die Chefsekretärin ist ebenfalls rückfällig geworden. Die guten Vorsätze lösen sich in Rauchschwaden auf. Immerhin gehen die beiden nach draußen. Machen Sie sich Gedanken über sich selbst? Warum Sie das nicht schaffen? Nee, eigentlich, ja, ein bisschen doch schon. Aber warum schaffe ich das nicht? Meine Tochter hat vor drei Jahren aufgehört zu rauchen. Ohne Kurses, ohne alles. Es sind viele Verwandte sowieso, Bekannte. Die haben aufgehört, ohne alles, ohne Kurses. Die schaffen das. Warum ich nicht, Herr Brecht? Warum wir nicht? Da mache ich mir keine Gedanken. Ich auch machen. Ist das für Sie eine Genugtuung, dass Sie es jetzt als Einzige geschafft haben? Auch so ein bisschen schon. Also ein bisschen finde ich es schon cool, dass ich jetzt als Einzige hier sitze und die es ja nun eigentlich am Anfang gar nicht mitmachen wollte überhaupt und davon gar nicht so überzeugt war. Aber dass ich jetzt diejenige bin, das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Aber es ist in Ordnung. Ich komme damit sehr gut zurecht, ja. Aber ich habe jetzt nicht geweint deshalb. Es scheint es ja gut gewesen, dass wir, ich sage jetzt mal, auch in der Firma den Versuch unternommen haben, mit dem Rauchern aufzuhören. Das ist kein Zwang, sondern es ist einfach mal jetzt die Unterstützung zu geben, dass wir in der Firma nicht rauchen. Immer wieder. Wir merken uns also, in der Firma soll nicht wieder geraucht werden. Zu Hause gibt es einen Krankheitsfall. Der Dackeldame Tessa, 14 Jahre alt, geht es nicht gut. Wahrscheinlich muss sie operiert werden. Ich weiß nicht, ich leide mit dem Hund so sehr irgendwie und habe nicht gut geschlafen. und naja. Aber ansonsten geht es mir gut und ich bin auch froh, dass trotz, also mit Tessa, das weißt du auch, hat mir schon große Sorgen gemacht, macht mir immer noch ein paar Sorgen und es geht mir ziemlich nahe. Und trotzdem ist das für mich kein Grund zu sagen, jetzt brauche ich eine Zigarette. Und darüber bin ich wirklich ziemlich glücklich. Ich finde das auch prima. Vier Wochen nach dem ersten Seminar gibt es einen Wiederholungskurs, diesmal für die Rückfälligen. Zur moralischen Unterstützung ist Frau Presch mitgekommen. Sie raucht nach wie vor nicht. Ihr Mann will das auch schaffen. Möchten Sie weitermachen? Ja, ich rauche seit ungefähr 50 Jahren und habe vor dreieinhalb Wochen das erste Seminar gehabt und ich bin jetzt vom starken Raucher zum Gelegenheitsraucher geworden. Das heißt für mich ein Fortschritt. Ja. Und heute bin ich eben hier, um den Rest wegzubekommen. Den Rest zu machen. Okay. Ich kann Ihnen nur sagen, die Länge, die ist nicht unbedingt das Bestimmende, sondern das Bestimmende ist, dass ich eine Einstellung habe und dass ich wirklich sage, ich habe ein Ziel und dieses Ziel möchte ich erreichen. Und das haben Sie ja eben gesagt, das möchten Sie. Und deshalb wird es auch bei Ihnen funktionieren. Ich habe durch das Rauchen keine Vorteile. Schauen Sie mal, wir alle wissen, dass das Rauchen uns nicht weiterbringt. Darf der Körper nicht ein bisschen zicken? Diese Geschichte hier hat nichts mit Magie zu tun. Also es gibt niemals die gute und die schlechte Methode. Morgen, morgen werde ich ganz ehrlich mit dem Rauchen aufhören. Die Methode, mit der Sie es schaffen, mit dem Rauchen aufzuhören, ist für Sie die richtige Methode. Konnte dich die Dame nicht wirklich überzeugen? Also ich, äh, Entgegen dem LNKs, der es ja nicht mit Willenskraft machen will, versuche ich es doch über Willenskraft zu machen. Und ich glaube, der ist stark genug in der Zeit. Okay, bis bald. Unser Hund auch noch mal, Tessa, frisch operiert, leidend, mein Schätzchen. Die Bewährungsprobe nach dem Wiederholungskurs. Das Ehepaar ist zur Party eines überzeugten Rauchers eingeladen. Und Jörg Preisch will sie ohne Zigaretten überstehen. Zu spät wie immer. In sein Atelier hat der Düsseldorfer Kunstprofessor und Maler Hermann-Josef Kuna geladen. Es fließt der Wein und dazu qualmt es hier und da. Das wird nicht einfach. Das sieht aus lecker aus. Und drüben ist das erstmal heiß. Und nachher kommen die Lammkotten. Das kommt aus dem 21.30 Uhr. Mein Gott, das ist wahnsinnig. Professor Kuna erklärt das Buffet. Seitdem Annelie Preisch nicht mehr raucht, schmeckt alles doppelt so gut. Und nun wird es ernst. Schafft Jörg Preisch die Gute nach dem Essen nicht zu rauchen? Wo ist er eigentlich? Erwischt. Erwischt. Erstaat ist doch erwischt. Danke, dass Sie meinten. Was fällt Ihnen schwer an solchen Partys? Also was ist das Schwierige? Schwierig ist das nicht. Zu einer Party zu gehen ist schön. Ich bin jetzt nun mal unter dem Stress, dass ich eigentlich nicht rauchen will. Und so. Das ist natürlich auch schwierig. Da kommt ein Rauchkollege. Ich rauche ja auch. Ja, dann kannst du zu mir kommen. Also ich meine, die ungesunden Folgen sind mir ja bewusst. Aber Ihnen ist es egal? Naja, das ist ja so. Ich liebe ja keinen sitzenden Beruf aus. Ich bin den ganzen Tag in Bewegung. Und ich gehe mal hier näher bei meinem starken Teil. Ich putze selber, koche selber. Also ich habe genug zu tun. Und ich denke, wenn man immer in Bewegung ist, dann ist das mit dem Rauch nicht so schlimm. Zwei Monate später. Angespannte Stimmung in der Firma. Die Stahlbranche ist überlastet. Und der Chef irgendwie auch. Wir trauen unseren Augen nicht. Herr Presch raucht im Büro. Nee, müssen Sie auch nicht. Sie müssen sich sowieso nicht aufregen. Herr Kanzler. Heike Burchardt ist nicht besonders erfreut darüber, am Arbeitsplatz wieder eingeräuchert zu werden. Die Stahlbranche überlastet sind. Ja. Eben. Bis dann. Zöp. Herr Presch. Ja. Es gibt irgendwie auch ganz schön viel Stress bei Ihnen. In der Firma kriegt man so. Ja, das habe ich jeden Tag. Und manchmal habe ich das zwölf Stunden. Haben Sie deswegen wieder die Zigarette einschleichen lassen? Sag mal mal, also erst mal, dass ich nicht geraucht habe, das hat mich gequält. sag ich ganz ehrlich. Und dann, ich sag jetzt mal, ich stehe ständig unter Strom. Wobei ich das doch gerne habe, sag ich dazu. Man macht mir gar nichts. Aber die Zigarette hat mir einfach gefehlt. Was ja jetzt schon ziemlich heftig ist, dass in der Firma wieder geraucht wird. Ja, es wird nicht in der Firma gebaut, es wird nur in meinem Raum geraucht. Sag ich mal einfach, das nehme ich mir heraus. An sich besteht Rauchverbot in der Firma. Und zum Beispiel, Frau Buschhüter, wenn die rauchen würde oder will, dann geht die nach draußen. Frau Buschhüter raucht nicht. Die ist also, ich sag jetzt mal, bis jetzt clean. Aber 準 ,